Dann holt's der Poppen und spät der Losch auf. Wenn so der mal so auf der Socke geht und so klumpert sie mir. Halt deinen Goschen! Wuhuuu! Was soll das? Brrrr! Da gehst du ein und hast diesen. Und sie sag ja nur. Kruz die Fischchen! Und sie setzt sich nieder. Und so schmal waren die nicht normal. Die sollten wir ja erstmal in den Arsch gretten. Zeit für den Gosmos. SAUFEN!